Mein Ziel ist, so hoch wie möglich auch gedraftet zu werden, deswegen wäre es natürlich voll und ganz enttäuschend, wenn ich nicht hochgezogen werde, also das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Jay, der hat mich versucht anzurufen, aber jetzt ist der besetzt, nee, dieser Ben. 45 Sekunden. Die erste Selektion in der 2020 N.H.L. Draft. Los Angeles Kings are proud to select with the second pick in the 2020 N.H.L. Draft. Ja, also ich glaube, so richtig habe ich es gemerkt, wo ich dann nach Mannheim gewechselt bin, also wo ich dann in die U20 gekommen bin. Und dort auch eigentlich als sehr, sehr junger Spieler sehr viel Eis halt auch bekommen habe und auch Powerplay gespielt habe von Anfang an. Aber ich glaube, mit dem Draft so richtig, wo man das so richtig realisiert, dass es so gut werden kann, war dann, wo ich dann gegen Profis gespielt habe und auch jeden Tag gegen die trainiert habe. Und da hat er die Chance, der macht das Tor! Tim Stützle! Das darf doch nicht wahr sein! Erstes DEL-Spiel, erstes DEL-Zur! Ihr seid doch wahnsinnig! Jetzt kommt jetzt mal so, Stützle! Stützle, echt Tor! Zuckerpäschen von Stützle! Ein Tor, vier Assists Tim Stützle! Wow, was eine Performance! Einfach nur wow! Er ist halt schon immer, das war seins. Er wusste immer, was er wollte. Für den gab es nichts Größeres, als wenn er doppeltrainieren durfte oder auch dreifach gerne. Und ja, es hat halt natürlich einfach Freude gemacht, auch ihm zuzuschauen. Ich glaub's nicht. Ja, klasse! Ich hab immer gesagt, alle sind ins Freibad, bei 38 Grad. Und ja, Trockentraining gab es ja auch bei den Bambinis schon, in so einer stinkigen Turnhalle. Und dann dachte ich immer, lassen wir doch heute mal das Training ausfallen, gehst du mal mit deinen Klassenkameraden ins Freibad. Ich geh nur mit ins Freibad, wenn du mich abholst und ich pünktlich beim Training bin. Also das war eigentlich immer das Größte für ihn. Und ja, es hat sich eigentlich bis heute nicht geändert. Der hatte ein Fullstipendium von UNH. Ich bin ja mit ihm dort gewesen, in New Hampshire. Wir haben uns die Uni angeguckt, das war ein echter Traum. Das war ja ursprünglich der Plan, dass er beides kombiniert miteinander. Also Eishockey und seine Schule oder seine Ausbildung, Studium. Ja, und als er dann mit der Idee kam, haben wir, ich möchte in Mannheim bleiben. Das war jetzt nicht so populär für uns, das muss ich schon sagen. Mit, ja, gerade mal 17. Uns war es überhaupt nicht recht. Also das war schon sehr schwierig und das ging über einen sehr langen Zeitraum. Aber er hat sich da durchgesetzt und wir haben da schon so einige Diskussionen ausgefochten. Und wir haben versucht, ihm zu zeigen, man steht auf zwei Beinen besser. Und ja, aber das wollte er alles nicht hören. Also er war überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist. Und ja, bis jetzt ist ja, und sein Spruch war, no risk, no fun. So, man muss bei ihm natürlich auch sagen, er kennt es natürlich auch nicht. Es ging natürlich immer nur so. Das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen dann. Tim? Ja? Warum hast du mich gegen UNH entschieden? Ja, ich denke... Also mein Ziel war einfach, Profi-Eis-Espiel zu spielen, so schnell wie möglich. Und auch gegen Erwachsene. Und weil ich einfach gedacht habe, desto schneller ich gegen Erwachsene spiele, desto höher kann ich auch im Dorf gezogen werden. Und ja, weil es mir auch, denke ich, für das weitere Leben weiterhilft. Ich meine, ich konnte super viel lernen von denen. Ich habe mit zwei Veteranen zusammen gespielt. in einer Reihe. Ich meine, gerne an Stanley Cup gewonnen. Ich denke, von solchen Leuten kann man einfach unglaublich viel lernen, die auch einmal auf dem Leben weiterbringen. Und ja, vor allem auch auf dem Eis jeden Tag gegen Männer zu trennen, ich denke, das ist einfach ein grüßengroßer Vorteil. Das war's. Das war's. Das war's. Ich kam ja letzten Sommer und da haben die Jungs schon im Sommertraining drüber gesprochen. Das ist ein junger Spieler, der sehr viel Talent hat. Und ja, man hat's direkt gesehen. Wir hatten die ersten zwei Einheiten auf dem Eis. Der konnte laufen wie ein junger, kleiner Gott. Oh, bist du sicher? Die spielen? Oder hast du Bock noch? Okay, dann haben wir sieben gegen sieben. Sieben gegen sieben. Zwei Hinsen. Ein frisches T-Shirt. Die zwei in der ersten Runde. Oh, shit. Hey, lass uns abraten und betogen werden. Fuck das, bitch! Uzi, gut, gut. Ich weiß nicht gut. Ja! 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 Da wird schon einiges rausspringen heute Abend bei der Party. Ja, von daher ist es schon in Ordnung. An so einem Tag kann man das auch mal durchgehen lassen auf jeden Fall. Wird ihr alle da? Ja, wir werden alle da sein. Ich denke, das wird eine super Veranstaltung. Ist natürlich unheimlich schade, dass er das so nicht erleben darf, wie das die Jahre davor sein durfte. Nichtsdestotrotz versuchen wir das Beste daraus zu machen. Ja, hoffen einfach, dass wir ansatzweise das so ein bisschen hinkriegen können und einfach eine tolle Atmosphäre, weil wann kann man dann mit seinen Teamkameraden auch mal so ein Event feiern. Ich habe relativ früh angefangen, also ich war eine Woche zu Hause und habe dann auch direkt wieder angefangen zu trainieren, dann auch mit einem Personal Trainer. Ich wollte auf jeden Fall nochmal zulegen, das ist mir auch sehr gut gelungen. Ich habe fast fünf Kilo nochmal zugelegt und vielleicht sogar sechs, sechs Kilo ungefähr, sechs, sieben Kilo ungefähr zugelegt. Und deswegen, also das war auf jeden Fall was, wo ich noch dran arbeiten wollte, dass ich einfach auch gegen stärkere Spieler mithalten kann auf dem Eis. Ja, ich habe auch sehr lange Fußball gespielt, also ich habe beides gleichzeitig gemacht. Aber ja, also bis ich ungefähr zwölf war, würde ich sagen auch eigentlich relativ gut gespielt. Aber auf jeden Fall denke ich einfach im Vergleich zum Fußball, wenn man das jetzt so sieht, dass es einfach viel, viel schneller ist, es passieren viel mehr Dinge. Und deswegen finde ich das einfach auch eigentlich als Zuschauer sozusagen, würde ich es viel interessanter finden, ein Eishikids-Spiel anzuschauen als ein Fußballspiel. Ja, also mein Traum war schon eigentlich immer, irgendwann mal in der NHL zu spielen. Persönlich zu dem Spieler, wo ich auch, also am meisten eigentlich auf, ja, hoch schaue, ist Conor McDavid. Ja, macht einfach sehr, sehr viel Spaß ihm zuzuschauen, wie einfacher Schlittschuh läuft. Und ja, ist sehr wichtig, auch im jungen Alter schon, ein sehr wichtiger Spieler und auch schon der Kapitän der Mannschaft. Also das finde ich auch immer sehr bemerkenswert. Meine Arbeitseinstellung würde ich sagen, als sehr gut bezeichnet auch, weil ich halt auch immer der Beste sein will. Eigentlich in allem, was ich mache. Und deswegen ja, auf jeden Fall Disziplin gehört, also das ist ein sehr, sehr großer Punkt. Vor allem im jungen Alter. Zum Beispiel, wenn deine Freunde am Wochenende feiern gehen unter der Saison, dann kannst du halt nicht mitgehen, weil du ein Spiel hast und solltest auch nicht mitgehen. Und ja, deswegen muss man natürlich auch auf viel verzichten. Also ich muss jetzt erst mal das Autohaus und meine Golfschuhe auch holen. Ja, und dann fahren wir zum Golfplatz. Auf Wiedersehen. 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 Das ist jetzt halt ein Scheiß! Jetzt! Perfekt! Ich fahre schon eigentlich sehr gerne Auto. Es macht schon Spaß, vor allem auch am Anfang, denke ich. Ja, und es war jetzt wichtig, dass ich meinen Führerschein noch endlich bestanden habe. Ja, ich habe Schule noch nebenbei gemacht und hatte deswegen auch nicht so viel Zeit. Dann bin ich auch durch die Theorie gerasselt. Elf Fehlerpunkte, also ein bisschen unglücklich glaube ich auch. Und jetzt werde ich gerade von meinem Vater angerufen. Du musst recht rein. Papa? Herr, bitte? Hallo. Hi. Wo steckst du? Ich bin jetzt auf dem Golfplatz jetzt gleich. Bist du gleich auf dem Golfplatz? Ja. Und ich bin mit dem Jay, bin ich da? Ja, ich bin jetzt gleich da. Jetzt hier. Da bin ich. Guck. Morgen. Dann. Du würdest nochmal anrufen nach unserem letzten Gespräch. Halsch. 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 Alles gut. Halsch. 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 Nach links, oder? Nein, da rechts. Richtung Fahne. Richtung dem ersten Baum. Da willst du denn hin? Da hin. Ein Stück weiter nach links. Fahne einfach. Ja, super. Genau da hin. Bis jetzt führen wir. Der Wolf und ich führen mit einem aber nur, mit einem Loch nur vor. Es sind einfach gute Freunde geworden über das Jahr und ich versuche immer, ein guter Mitspieler zu sein, gerade gegenüber den jungen Spielern. Ich glaube, er kann mich auch ganz gut leiden und somit verbrüben wir schön viel Zeit miteinander. Bist du schon ein bisschen traurig, wenn er hier in die große, weite Welt nach Nordamerika geht? Ja, klar, traurig schon. Man wird weniger Kontakt haben. Allerdings ist es ja für ihn genau das Richtige. Ich meine, er ist mit so einem Talent gesegnet und mit so einem Willen auch gewinnen zu wollen und arbeitet tagtäglich hart an sich. Das ist gut. Geh! 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 Das kann doch nicht sein, ich scheiße! Klasse, Gold! Er hat ein riesen Herz und es ist einfach ein guter Mannschaftskollege und er behandelt Leute genauso wie er auch selbst behandelt werden will. Und ich glaube, das ist der Charakterzug, der den Unterschied macht, ob man sehr weit kommt im Leben oder auch nicht. Und das hat er. Er hat auf jeden Fall immer nach mir geschaut und ob alles gut ist, genauso wie seine Frau auch. Und ich verstehe mich einfach super mit denen, mit der ganzen Familie auch, super süßen kleinen Jungen jetzt auch. Und es macht einfach Spaß mit denen zusammen zu sein. Ich habe es gemerkt. Seit 82 kommen die Adlersspieler her. Und fast jeden Tag nach dem Training. Heute gefällt es mir wieder. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Auf einen schönen Tag. Ich bin schon wieder knapp mit der Zeit, ne? Mhm. Ja, 21.30 Uhr sagt der Jay. Ich brauche ja keine Stunde, um mich umzuziehen. Nee. Ja. Die Mama sich jetzt besser in deinem Fernseher raus. Ich gucke nie Fernseher. Dann ist schon... Krass. Ich gucke nie Fernseher hier. Ja. Ja, ich habe Eis kurzlaufen. Ja. Aber ich war auch nicht so bissig wie er. Als es dann anstrengend wurde, hatte ich keine Lust mehr. Auch ein bisschen. Hat er gewonnen? Das kennt dein Herz. Mama. Ja? Hat er gewonnen? Echt jetzt? Nee. Das geht so nicht. Nee. Gut, ne? Nee, ihr schneidet das nicht zusammen. Da gibt es Ärger. Ja. Oder? Ich glaube schon. Perfekt. Wenn wir dich vorher sehen könnten. Wir wollen nicht in der ersten Runde ziehen, damit die direkt gut ins Bild kommen sind. Wir sind so locker, oder? Ciao. 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 Ja, ja. Ich weiß nicht, wie ich will kommen. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Ich freue mich jetzt einfach. Ich denke, dass es einfach ein sehr aufregender Tag ist und noch ein sehr aufregender Abend wird. Aber ja, im Endeffekt glaube ich erst, dass ich richtig nervös werde, wenn es dann dazu kommt. Wenn alles vorbereitet ist. Wenn ich dann in dem Livestream auch drin bin. Und dann auch die Mannschaften anfangen zu picken. Also ich glaube, dann wird es erst richtig aufregend. Auf jeden Fall. Mein Ziel ist, so hoch wie möglich auch gedraftet zu werden. Und ich denke, dass ich eine sehr, sehr gute Chance darauf habe. Weil ich auch eine sehr gute Saison gespielt habe. Und deswegen wäre es natürlich voll und ganz enttäuschend, wenn ich nicht hochgezogen werde. Also das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das sehe ich auch so. Ne, nimm alle mit. Ja. Ja. Sieh mal an. Rangers. L.A. Oh ja, Thomas. Mach mal schauen. Ich habe gedacht, ein paar Trikots im Hintergrund. Ja. Mannheim und Kratos. Super. Aber das ist alles, was ich immer mehr habe. Hast du nicht mehr? Doch, die kommen. Achso, die kommen. Du kannst mich 31 Karten halten. Sieht's schön. Danke. Hallo. 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 Na gut. Ja, das war's. Mach mal. Ja, und dann noch St-Jose. Und dann noch St-Jose. St-Pier. Ja. Hier traue ich alles nicht. Danke. Komm bitte, dein Papa. Ich bin froh mit, ich nicht los. Ich bin froh mit, ich hab's. Danke. Die Vereine haben allen Spielern 31 Caps geschickt von den 31 Mannschaften, damit so ein bisschen quasi das aufgefangen wird, dass man nicht auf die Bühne geht, ein Trikot anzieht und dass sie zumindest was haben vom Verein, der sie zieht, was sie dann aufsetzen können. Ja, es ist einfach nur ein Probedurchlauf, wo die alles kontrollieren, ob alles funktioniert und wo sie dann auch die verschiedenen Spiele alle einblenden und dann gucken, ob die alles bereit haben, zum Beispiel wenn die zwei Spiele auf einmal einblenden wollen und ja. Ja, also ich bin halt da, mehr mache ich auch nicht, als da zu sein, also die machen alles, deswegen. Ja, die Tasche funktioniert alles gut. Hallo? Golfen? Haha, ein Gore-Fan. Sorry. Ich kenne Tim bestimmt seit er neun Jahre alt ist in Crayfeld. Mein Sohn, mein Mittelssohn Joey hat mit ihm gespielt, so fast durch die ganze Bambini-Kleinschule-Zeit, so gut sieben, acht Jahre zusammen waren die. So, ich kenne Tim und seine Familie ganz lange, fast zehn Jahre jetzt. Er hat Hände wie der Zug und er war schon ein Talent beim jungen Alter und natürlich ist es nicht immer gut, weil manche dann, die haben zu viel Erfolg im jungen Alter. Aber der Tim war immer, der hat immer ein Motor, der hat immer Feuer auf dem Eis und wollte immer mehr und besser und hat immer die entscheidende Tore oder Vorlage gegeben oft und da hat man bemerkt, da war etwas Besonderes. Was über die Städte, Ottawa? Ich habe nichts über die gute Dinge über die Stadt von Ottawa gehört. Ich freue mich auf die Herausforderung, um das Team zu machen. Ich freue mich auf die Herausforderung, um das Team zu machen, um allen zu zeigen, dass ich ein Spieler bin und die Trainer. Ich möchte den Trainer und meinen neuen Trainer zeigen, dass ich ein Spieler bin. Ich freue mich für das. Mit Tim und JJ Peterko und Lukas Reichel, dass drei deutsche Spieler in der ersten Runde gezogen wird. Das ist schon eine ganz große Kunst. Man fragt, wie viele Russen, wie viele Finnen heute Abend in der ersten Runde gezogen werden. Das ist schon eine Ausnahme zur Abend. Und über die Stadt, L.A. zum Beispiel. L.A. Beach. Oh, Gott. Ich würde sagen, dass sie vielleicht über die Passen gewonnen haben. Sie haben drei Stanley Cups gewonnen. Sie haben drei Stanley Cups in einem kurzen Zeitpunkt. Das ist gut. Das ist gut. Ein, drei. Champion, Champion. Ich habe gedacht, wir werden dreimal. Zweimal. 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 Jetzt sagen die aber Ottawa. Mit Finn. Das ist das, was die sagen. L.A. hat nichts gesagt. L.A. sah gar nichts. Ich bin schon gezogen. Nein, noch nicht. Ich bin schon gehalten. Ich bin schon gehalten. Ich bin schon gehalten. Ich brauche zu gehen. Ich brauche zu gehen. Vielen Dank, mein Mann! Ich brauche zu gehen! Was ist dein Leben? Es tut mir leid, oder? Nein, es tut mir leid. Es tut mir leid, Mann! Danke, Mann! Das ist der da, oder? Ja. Ja, wir müssen mit den Eltern, dass meine Eltern am besten dahinter sitzen, oder? Ja. Ich geh weg. Wo sind die? Können wir ganz, also turnen ganz aus. Warum geht das jetzt nicht mehr? Warum geht das über die Box? Da redet doch normalerweise jemand dazwischen, oder? Die erste Selektion in der 2020 NHL Draft wird von New York Rangers General Manager, Jeff Gordon. Mit der ersten Selektion in der 2020 NHL Draft die New York Rangers sind stolz zu wählen von der Rimouski Oceanik, Alexei Lafreniere. Die zweite Selektion in der 2020 NHL Draft wird von bei Vice President and General Manager of the Los Angeles Kings, Rob Blake. mit der zweite Selektion in der 2020 NHL Draft von Sudbury Wolves in der entire Hockey League, Quentin Byfield. Die zweite Selektion in der 2020 NHL Draft hat doch was Gutes nicht, Herr Leiter. Dann kann sie nicht nach Berlin geschickt werden. Die zweite Selektion in der 2020 NHL Draft Die Senatoren haben in den nächsten Selektionen von einer speziellen Gäste, der also happens to be a graduate von der Universität von Ottawa. Gelegenheit für die nächsten Selektionen Danke, Johnny. Hi, everyone, und willkommen in Jeopardy! Our category today ist die NHL. Hier sind die Tür für Sie. Mit der dritte Selektion in der 2020 NHL Draft die Ottawa Senatoren wählen dieses Spieler. The correct response, who is Tim Stutzer? Wow, man, that is sharp. Zeke? I feel like time to get this guy shocked. Yanker bumps! Hey, you get paid in US dollars and you live in Canada. You know what I mean? Just remember that. Just remember that. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Bye. You're the best mom. Yes, yes. What are you trying to do? Dad! Dad needs to come. Dad! What's that? Big four. David Cool. David Cool. David Cool. Das macht's mir jetzt. Ich will feiern. Ich will jetzt hier nicht Fotos. Alles gut. Ganz cool. Ja, genau. Topf! Super. Aber ich glaube, es kann mich eigentlich gar nicht besser treffen. Der ist, glaube ich, ganz happy. Und ich bin auch super happy mit Ottawa. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Wehmut dabei, wenn man sieht, wie toll die Mannschaft hier mit ihm das feiert. Und ich denke, das ist auch nicht immer ganz einfach, wenn man dann sagt, okay, jetzt kommt der nächste Schritt. Der ganze Druck in den letzten Monaten war schon hart und schwer. Und er freut sich jetzt auf Ottawa und seine Zukunft mit denen. Und dann können wir jetzt nach vorne schauen. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, wir alle haben ja auf diesen Moment gehofft. Und bei den wenigsten ist er eingetreten oder bei keinem, bis auf den Mo und auf den Timmy jetzt, in so einer Hierarchie, sage ich mal, dass du da in den Orsten fünf, sechs dabei bist. Und ich glaube, dass mit Ottawa ihn den Verein getroffen hat, wo er am besten aufgehoben ist. Ich selbst habe auf Ottawa gehofft. Bei mir ist alles super. Ich bin super happy, dass jetzt alles geklappt hat. Ich denke, das ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte auch viele Meetings mit denen davor. Die kommen super rüber, sind gerade im Rebuild. Deswegen eigentlich das, was am besten für mich ist, denke ich, wo ich auch wahrscheinlich die höchste Wahrscheinlichkeit habe, dann so schnell wie möglich auch zu spielen, was auch mein Ziel ist. Und ja, war einfach ein super toller Abend bis jetzt. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch mal wieder reingehen kann zu den Jungs und zu meiner Familie. Okay, �ihal, das ist nicht so matters. Wir machen alle zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020